Hallo Freunde, ich bin Richtung Wald und möchte gerne unsere Grünen im Januar und ich möchte gerne schauen, ob die Grünen das überlebt haben, wenn Dressa hat. So, erst können wir schauen, was die Grünen hier machen im Wald, bis gleich. Hier sind wir bei den Grünen angelangt, ja siehe da, die sind total eingebrochen, hat es halber gedacht. Keine Sorgen, Leute, im Frühjahr treiben die wieder aus, die kommen im Frühjahr wieder, weil die kriegen im Frühjahr neue Blätter. Ich zeig euch hier ein bisschen, ich habe Bedenke, dass die nicht kommen, ich hoffe, dass sie gut kommen im Winter, im Frühling, weil die haben jetzt Frosch, alle Frosch, aber die Wurst hier unten drunter, die sind gut, aber nicht nur oben, ist nur das Blatt kaputt ist. Im Frühjahr treiben sich wieder alle aus und ich gucke im Frühjahr wieder vorbei. Und der Kleine hat hier noch Leben, wie man das sieht, die Blätter sind einfach oben abgestorben und die unten treiben einfach neu aus. Ich hoffe, dass die im Frühjahr gut treiben. Es muss nun gut warm werden. So Freunde, wenn ihr euch dieses Video gefallen habt, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen oder nicht abonnieren. Ciao.